Ja mormo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Und wir befinden uns immer noch in unserem alten, wunderschönen Park. Guckt euch an, wie einfach, wie toll das Ganze aufgebaut ist. Ich baue eine neue Maus. Donatet mir eine Maus. Nein, Spaß. So, also mein Maus ist gerade wirklich, die mittlere Maustaste funktioniert nicht wirklich, deswegen kann ich nicht die Kamera richtig drehen. Aber ich glaube, ah ok, mit den Tasten kann ich das auch machen, von daher ist alles gut. Nur die Neigung ist noch ein bisschen kacke. Naja, solange ich die Neigung einfach beibehalte. So, ok. Wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Lasse die Dinosaurier frei. Ok, vier Dinosaurier freilassen. Wir haben hier schon ordentlich was hingepackt an Dinos, an verschiedenen Dinos. Die auch rumbrüllen wie verrückt. Das ist sehr schön. Haben wir denn hier noch etwas drin? Das muss ich gucken. Abbrechen? Ne. Der Dilophosaurus schlüpft aus. Ich weiß nicht mehr, warum ich den Dilophosaurus gemacht habe, aber egal. So, wir haben den Ankylosaurus. Den sind wir derzeit dabei zu erforschen. 14% haben wir erst. Kranke Dinos stellen eine potenzielle Gefahr für andere Dinos dar. Sie erhöhen das Risiko in den Einrichtungen. Das ist mir nicht neu. Dinosaurier wurde erfolgreich aufgezogen. Ja, 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 ich weiß. So, welche Taste war das jetzt? Das war es nicht. Ich muss mal kurz die Tasten wieder kennenlernen. Ich habe jetzt leider zu lange nicht mehr gespielt. Ranger Team. War das Ranger die, äh, die heilen? Ja. Dann heilen wir. So, wir müssen weiter Dinos holen. Dafür müssen wir zu unserem Expeditionszentrum. Wir müssen, ähm, 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 Ceratosaurus haben wir ja schon. Ankylosaurus sind wir dabei, ne? Der ist zwar hier dabei, aber die Wahrscheinlichkeit, ihn zu bekommen, ist nicht so hoch. Die haben auf jeden Fall das Spiel geupdatet. Wir sehen jetzt die aktuelle Genomstufe, die wir haben. 24% haben wir Ankylosaurus, aber wir wollen mehr Dracorex, äh, es gibt jetzt auch einen Herausforderungsmodus. Den kann ich natürlich jetzt nicht machen, sonst müsste ich nur anfangen. Sonst hätte ich den gerne gemacht. Ähm. Chung-Ging-Ko-Saurus. Im Park gibt es keine Erkältung mehr. Sehr schön. Welo zu Raptor haben wir auch schon 97%. Äh, äh, Grabungsstätte abgeschlossen. Es gibt es auch. Ja gut, es gibt leider nur diesen einen Ort, wo wir den Ankylosaurus holen können. Und ich hätte echt langsam gerne die Möglichkeit, ähm... Eine sichere Anlage sollte mehr Möglichkeiten für die Wissenschaftsabteilung bedeuten. Und dafür haben wir Ihnen zu danken. Mach ich jetzt auch. Also, vielen Dank. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Ich hätte halt gerne im Forschungszentrum oder im Expeditionszentrum und zweites Team. Ähm. Hm. Hm. Ein zusätzliches Außendienst-Grabungsteam. Das ist eine... Isla Muerta. Brauchen wir volle Sterne. Sind wir jetzt gerade auf Isla Muerta? Ah, toll, Regen. Wo sind wir jetzt gerade? Was ist das? Achso. Ah, so können wir seine Sachen auch finden. Wir sind... Inselbewertung. Äh. Isla Muerta ist freigeschaltet. Äh, wo ist die Map? Ich will die Map sehen. Inselnavigation. Sie sind hier. Isla Muerta ist das hier, ne? Aber wir haben fast die Inselbewertung vollständig. Das ist mir doch wichtig, dass wir das vollkriegen. Aber ich möchte halt gerne alle Parks schön haben, ne? So, wie sieht's hier bei den Fleischfressern aus? Was haben wir hier? Velociraptor, 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 Velociraptor und ein... Kirathosaurus. Oder Cerathosaurus. Wie alt bist denn du? Alter, neun. Das heißt, der wird 88? Ich check das hier immer noch nicht. Du willst jetzt aber nicht ausbrechen, oder? Die geht's eigentlich gut. Streift umher, okay. Zu den Fossilen. Äh. Gizone. Ich brauche das richtig gute Zeug. Äh. Gib mir das gute Zeug. Das heißt, Struziotimus dürften wir endlich gar nicht mehr bekommen, ne? Weil das haben wir ja vollständig. Das sollen die ja nicht holen. Wenn die es finden, sollen die es wegschmeißen, was andere suchen. Das ist der Plan. So. Was haben wir hier aktuell alles für Gebäude? Wissenschaftszentrum, Kleiderladen... Ich glaube, so ein Sturmabwehr-Ding jetzt kriegst, das brauchen wir hier gar nicht. Sicherheitszentrum, Fastfood, Kleiderladen. Sturmabwehr. Ankunftsort. Der Souvenirladen, den wollte ich sehen. Okay, Gäste. Schutzraum brauchen wir nicht. Schienenstation. Ich weiß nicht, brauchen wir eine Schienenstation? Ich meine, rein theoretisch kann man hier von Attraktion zu Attraktion fahren. Und das würde ja auch irgendwo Geld geben. Hm. Rein theoretisch könnte ich das hier hinpacken. Oder hier so hinpacken. Das ginge natürlich auch. Hm. Aber es würde halt komplett meinen Park verunstalten. Äh. Aber weißt du was? Wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Ich meine... Guck mal, wie viele Leute hier rumlaufen. Wir sollten das wirklich machen. Und ich glaube, wir müssen überall welche bauen, ne? Wir machen wir hier dazwischen. Ich glaube, hier passt das wunderbar rein. Hoffe ich. Ah, müsste passen. Kein Strom. Ja, das ist mir bewusst, dass wir keinen Strom haben. So kommen auch die Leute besser zur Arbeit, ganz ehrlich. Das ist eine Win-Win-Situation. Und dann geht es halt hier in diesen Bereich. So. Und dann gucken wir, wie das mit den Schienen funktioniert. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay, das baut man einfach so ran. Tja, würde ich sagen. Zack. Ich weiß nicht, ist das verbunden? Ich check das nicht. Strecke unvollständig. Ja, das ist mir bewusst, dass die verdammte Strecke nicht unvollständig ist. Das ist neu für mich, Spiel. Das ist neu. Begreif es doch. Und nebenbei muss ich auch noch den anderen Kami handeln. Ähm. So. Weiter, 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 weiter. Ach so, wir sind schon unterwegs. Ah, ah, oh, 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 oh. Ich habe es begriffen. Ich habe es begriffen, Freunde. Ich habe es begriffen. Alles wird gut. Also. Wir gehen auf die Schiene. Gehen hier drauf. Packen das so hin. So. Nein, nein, nein. Ich muss die Kamera ordentlich drehen dabei. Ah. Manchmal könnte man hier echt dran verzweifeln. Ist zwar nicht schön, aber selten. Muss ich einen Kreis machen? Geht das nicht anders? Okay, einmal komplett durch den Wasserturm hindurch. Hallo? Strecke verbaut. Na gut. Schauen wir das so. Hier ein bisschen schön durch den Wald. Oh, guck mal. Wie perfekt. So, wo haben wir das Ding? Da unten. Das heißt. Ja, aber. Ich kann das doch nicht hinter das Hotel machen. Wie grottig sieht denn das aus, weil das hinter dem Hotel ist? Ne. Wir gehen hier am Berg vorbei. Baut. Äh. Äh. Ne, das sieht doch kacke aus. Äh. Es ist schon nicht so leicht, so eine Schienenbahn zu machen. Ich bin hier doch nicht im Rollercoaster. Äh. Das ist. Mann. So. Jetzt gehen wir in die Kurve. Scheint auch so zu funktionieren. So. Nicht schön, aber selten. Und die Leute können hier einmal komplett bei den Fleischfressern vorbeifahren. Das ist doch praktisch. Und hier können sie auch ein bisschen was sehen. Also. Geht besser. Vielleicht werden wir es auch irgendwann ändern. Drei Worte. Auftrag. Sie. Ja. Erzielen Sie mindestens 1000 Dollar Profit. 280? Okay, das ist echt wenig. So. Äh. Was haben wir hier noch? Datenbanken. Was haben wir hier bekommen? Hallo? Ah. Wir haben eine neue Expedition. Scholar Formation. Okay. Wir haben... Paläontologen. Und zwar die Dinosaurier. Ja, okay. Und wir haben... Orte. Isla Nublar. Haben wir hier noch was? Oh. Hautabdrücke. Schlangenfossil. Und Schildkrötenfossil. Oh. Why not. So. Geh mal her. Den ganzen Kram. Wie viel Geld habe ich eigentlich momentan? Genug. Genug. Das ist... Das ist mehr als genug. So. Äh. Ich komme hier gar nicht klar. Ich muss hier gerade so viel machen. Ähm. Machen wir eine Expedition. Dann müssen wir nach Strom gucken. Wo ist denn kein Strom? Hier ist kein Strom. Weil wir... Wir haben da kein Strom? Ah, nein. Das Kraftwerk. Das macht nicht genug, ne? Benötigt Strom. Weil... Ich will das Kraftwerk sehen. Wo ist... Wo ist... Was... Neues lebensfähiges Genom freigeschaltet. Oh Gott. Das ist so viel für mich. Umspannwerk. Äh. Umspannwerk. Habe ich auch irgendwo... Keine Ahnung. Ein Elektrizitätswerk? Umspannwerk. Hä? Achso. Das ist gar nicht gelb gekennzeichnet. Hier habe ich sonst nichts. Ich habe nur dieses eine Ding. Ähm. Ungenutzter Strom. Null. Wir haben aber... Verbesserte Leistung. Alles in Sylvester. Damit haben die auf jeden Fall wieder Strom. Müssen wir uns jetzt noch darum kümmern. Bist du etwa nicht... Neues Ankylosaurus haben wir jetzt auch schon. Alter. Umspannwerk. Ja. Scheiße. Ich kann es halt nicht versetzen, weil hier das Hotel ist. Das ist jetzt blöd. Ja, dann brauchen wir noch ein Umspannwerk. Das ist zwar blöd, aber was willst du machen? Aber hier ist doch... Hast du keine persönliche Reichweite? Was bist du denn für ein Noob? Komisches Noob-Gebäude. Das keine Reichweite hat. Heutzutage hat auch jeder Reichweite auf Social Media. Oh, das reicht nicht, ne? Doch, es reicht. Es reicht. Halleluja. So, wo ist mein Zug? Zeig mir mein Zug. Ich will meine Chuchu-Bahn sehen. Okay, wir müssen erst mal diesen Dinosaurier freilassen. Ähm, so. Äh, dann brauchen wir den Helikopter. Äh, das war ja das. Jetzt muss ich erst mal den Knopf finden für den Helikopter. Ich habe nämlich keine Lust, jedes Mal den Helikopter zu suchen. Ich dachte früher, das war F. War das nicht F? Also, er ist die Ranger-Station. Ah, kann's nicht sein? Okay. Ich akzeptiere das nicht. Es ist unakzeptabel. Ich muss... Wissen, Steuerung, da... Mit Controller geht das auch? Ich mein, ich bin ja normalerweise ein Controller-Typ, ne? Aber solche Spiele mit Controller sollte man vielleicht nicht tun. Nach links, Kontrollraum, Fossilien, Forschung, Inselverwaltung... Ach, die F-Tasten. Okay, gut. Fossilien ist F4 und Expedition ist F3. Ähm, Karte, nächste Ranger-Station, nächster ACU-Zentrum T. Ha! Okay, Heliopter. Äh, ich möchte, dass du... Ich, ich, nein, ich will die nicht fliegen. Ich bin kacke am Fliegen. Oh Gott. Jedes Mal verändert sich der Kamerawinkel. Ich bin komplett verwirrt, wo ich bin. So. Aufgabe hinzufügen. Den könnt ihr gerne betäuben. Dann könnt ihr ihn auch im Nachhinein noch abholen. So. Direkt zur nächsten Expedition. Und dann holen wir uns die Fossilien hier rein. So, wir müssen aber auf jeden Fall da noch ein paar Prozente kriegen. Das wäre nicht schlecht. So, Tinosaurier freilassen. Gewinn pro Minute durch Attraktionen. Beschaffen sie ein Sinoceraptops-Fossil. Ich glaube, den hatte ich noch nicht, ne? Ich glaube, den hatte ich noch nicht. So, ich muss mal ganz kurz Akku wechseln. So, so sieht das übrigens aus. Hier ist meine Maus, ne? Schon ein bisschen älter leider geworden. Ich mag die Maus eigentlich. Aber seitdem, äh, Energy drüber gelaufen ist, äh, funktioniert die mittlere Maustaste nicht mehr so richtig, weil sie irgendwie verklebt ist. Aber ich weiß nicht, wie ich das reinigen soll. Keine Ahnung. Ich meine, ich, 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 ich kann ja schlecht einfach ein Glas Wasser nehmen und dann, pfff, darüber, äh, schütten. Ich habe mal gehört, ähm, dass man Alkohol benutzen kann. Wie sieht es aus, wenn man Alkohol benutzt? Ist das sehr leitfähig? Ist Alkohol leitfähig, Leute? Also schnell. Rein theoretisch ist es ja so steril, dass es keine Leitungsfähigkeit haben sollte. Muss ich vielleicht mal googeln. Und dann, keine Ahnung, hol ich mir Wodka und dann kriegt meine Maus Wodka zum Trinken. So. Transportteam. Du nimmst den und packst mal den da hin. Das geht doch noch, oder? Ihr seid doch noch cool. Mir gefällt das nicht, dass ihr so nah am Zaun seid. Ganz ehrlich. Geborgenheit, Wasser, Nahrung. Bestand. Wieso? Maus. Bestand ist hier noch in Ordnung. Der freut sich noch, dass er ein paar Kollegen bekommt. Vielleicht sollte ich ihm auch irgendwie mal einen Kumpel machen, ne? Und wie sieht's bei euch aus mit dem Bestand? Ja, da geht noch einiges. Sozial sollte vielleicht nicht mehr so hoch gehen. Gut, dann machen wir auf jeden Fall noch einen Kumpel für unseren Ceratosaurus. Ich finde so zwei von jedem Tier ist cool. Ich bin kein Freund langer Wanderungen und Ihre Gäste sehen das ähnlich. Verbessern Sie Ihre Transportabdeckung. Damit nehmen Sie uns allen eine Last ab. Gäste mögen keine langen Transportwege vom Ankunftsort zur Attraktionen, Besucherzentren und Hotels. Bauen Sie eine Schienenbahn, um den Ankunftsort effizienter mit entfernten Destinationen zu verbinden. Bauen Sie direkte und effiziente Wegverbindungen, um die Reisedistanz zu minimieren. Ja, wird es auch genutzt, ist hier die Frage. Wird es auch genutzt? Aber ich glaube, das sehe ich hier nicht, ne? Sichtbare Dinosaurier 2. Also es kommt hier wirklich auch auf sichtbare Dinosaurier an. Also sollte man die doch schon irgendwie durch die Gehege durchbringen. Wir lernen, wir lernen. Oh, wir können mitfahren. Hallo? Yay! Okay, gucken wir uns mal an, was es hier so Schönes zu sehen gibt. Wir fahren hier halt ansatzweise durch das Fleischfresserreservoir, aber durch die Bäume können wir glaube ich nichts sehen. Doch, guck mal da! Oh, wie cool! Wir können das Fleischfresser-Ding ins Kirchen sehen. Oh, toll. Okay, aber das können wir irgendwie zusammen alles schon verbinden. So, wo denn? Okay, da schicke ich dann mein Ranger-Team einfach hin. Produkt wurde transportiert. Reagiere auf Nachschubanfrage. So, next step wäre dann den hier. Was für eine Überlebenschance hast du? 80% ne? Das ist doch gut. Ah, jetzt geht mir das Essen aus. 97%. Naja, kriegen wir wenigstens da ein bisschen was erfunden hat. Das hier sollte eigentlich kein prähistorischer Käfigkampf werden. Wer ist da am fighten? Nitrige Gesundheit. Wer ist denn hier am fighten? Irgendwie du zerab da mit dem... Okay, die mögen sich nicht so, ne? Oh, man lernt ja nie aus, ne? Also... Gibt's da noch irgendwo essen? Oh, das muss ich essen. Muss auch noch... Da ist doch kaum jemand. Wieso ist das leer? Okay. Wissen wir schon mal, wen wir da nicht mehr rein tun? Dann brauchen wir nämlich für das kleine Zeug noch ein kleines Gehege. Ähm... Theoretisch könnten wir hier doch ein rundes machen, ne? Hier einfach. Für klein Zeug, was sich nicht verträgt. Verstehe dir? So, wir machen hier einfach mal ein Gehege. Da kommen auch eine normale Zäune erstmal hin. Passt das schon. Dann machen wir hier nämlich... So... Nehmen wir das Wasser mit. Und vielleicht sogar ein Teil des Waldes, ne? Ich kann wegen dem Regen jetzt nichts mehr sehen. Das ist so... ekelig. So... Und hier kann dann das kleine Zeug sich ein Keks freuen. Ich brauche das Anti-Wasser ein bisschen. Wir müssen ein bisschen weniger Wasser hier rein machen. So. Die werden ein bisschen mehr Wasser haben als die anderen Kollegen. Aber dann müssen die damit halt leben, ne? Also... Dann kriegst du noch ein paar Bäumchen. Und dann kommt da das klein Zeug hin, was sich nicht verträgt. Stimmt, wir brauchen noch ein Tor. Ist so... Hier versteckt in den Bäumen. Dann brauchen wir Nahrung. Äh... Karte, Gehege, Gehege, ne? So. Können die vom Zug aus nämlich auch zugucken. Eigentlich bräuchte ich auch noch so eine Beobachtungsgalerie, aber... Wer will das Kleinzeug schon sehen? Yay! Lassen wir ihn frei. Und dann... bauen wir einen neuen... ...Din Ophosaurus. So. Dann betäubt den mal und dann geht er auch wieder ins große Gehege. Ja, schade, dass die sich nicht vertragen. Er hätte halt hier gerne wirklich alles voller Fleischfresser, weil es ist halt ein riesiges Gehege, ne? Ich meine... Da will man auch irgendwie was haben. Und ich finde es auch ein bisschen blöd, dass... Schienen bearbeiten. Ich kann es auch nicht umpositionieren. Ich würde es halt einfach gerne ein Stück weiter hier hinziehen, damit sie da durchfahren. Aber es ist mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen zu... zu nervenaufreibend. Das mache ich vielleicht ein anderes Mal. So, zwei Dinosaurier haben freigelassen. Habe ich jetzt weniger verdient? Welchen Dinosaurier sehen wir denn jetzt mittlerweile mit der Einschienbahn? Station in drei sichtbare Dinosaurier null. Ah, nur an der Station. Ah, oder? Nö, null. Null. Wir machen die Einschienbahn neu. Wir müssen komplett durch die Gehege. Das nützt alles nichts. So traurig. Ich habe so viel Mühe gegeben. Okay, dann machen wir es halt anders. Es sieht zwar ein bisschen scheiße aus, wenn wir durch die Gehege fahren. Tatsächlich, aber... Ich finde es halt nicht schön. Ich finde es halt wirklich nicht schön, wenn man durch die Gehege fährt. Aber wenn die Leute das halt wollen, dann wollen die das. So, hier müsste ich auch Strom bekommen, ne? Fahren wir hier durch. Dann natürlich hier in der Hotelanlage. So. Wäre ich hier noch am Strom dran? Hier wäre ich noch an beiden Stromdingern dran. Dann machen wir das doch so. Und die andere Einschienbahn. Na gut, da hätten wir die eigentlich nicht löschen müssen, ne? Wir müssen die anders hinpacken. Wir packen die hier hin. Zustellung abgeschlossen. Ja komm, geben wir ein gerades Ergebnis. So. Jetzt kriegen wir das doch besser hin. Aber das ist noch nicht fertig. Jetzt haupt man hier ein bisschen rein. Okay, hier sind wir jetzt fertig. Gut. Schienen bearbeiten. So, seht ihr mal. Das funktioniert doch schon mal ganz gut. Können wir übers Hotel rüber. Moment, das kriege ich anders hin. Das kriege ich, das kriege ich richtig gut hin. Ja, ich weiß, dass die Strecke unvollständig ist. Das muss mir nicht sagen. Ich bin dort und ich blind spiele. Okay. Wir gehen hier nämlich eine etwas krassere Kurve. So. Zack. Hallo, zack. Zack. ist Kurve zu eng. So. Okay, und von hier aus. So, tada. Können wir bestimmt viele Dinos sehen, oder? Sichtbare Dinosaurier. Leck mich. Wir fahren hier durch den Park durch. Hä? Ich check's nicht. Was mache ich falsch, Freunde? Ja, jetzt sieht es ein bisschen hübscher aus. Sieht jetzt aus wie so ein Freizeitpark, aber... Wir haben den Scheiß gebaut. Ich bin jetzt glücklich. Wir lassen den Dino hier frei. Solltet ihr das hier nicht auffüllen, Leute? So. Hallo? Habe ich hier ein Tor? Ich habe hier ein Tor. Ranger-Team. Ach, das ist das Pflanzen... Ich habe überhaupt kein Pflanzenpresse da reingetan. Das verdirbt langsam. Okay. Sag das doch. Ich kann das doch nicht riechen. So, und schon haben wir eine Einschienenbahn, Freunde. Die komplett durch alle Attraktionen durchgeht, aber... Sichtbare Dinosaurier 3, okay. Vielleicht aktuell, da wo er gerade rumfährt. Jetzt müsst ihr ja keinen sehen, ne? Ja. Okay. Da wo er gerade rumfährt. Aber... Ich finde das immer noch hässlich. Ich finde das halt hässlich, dass sie da durchfahren. Klappe. Naja. Gibt Schlimmeres, ne? Gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns am Mittwoch zu einer neuen Folge wieder. Und dann hoffe ich, dass wir noch ein Stück weiter vorankommen. Ich will mal langsam hier richtig die Knete verdienen. 286. Ja, immerhin verdienen wir jetzt durch die Einschienenbahn ein bisschen mehr. Oder vielleicht wegen des Dinos. Halt, wir haben den Dino jetzt nur eingeschläfert, oder? Haben wir ihn schon transportiert? Wir haben ihn transportiert. Alles gut, ich erinnere mich. Die Futterstation... Kann ich nicht einfach sagen, füllt alle Futterstationen auf? So, wie viel seht ihr jetzt gerade? Ein Dinosaurier sichtbar. Egal. Wir sehen uns auf jeden Fall am Mittwoch wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.